herzlich willkommen zu einer weiteren folge wir werden heute Nacht ein bisschen ausbauen das heißt immer draußen ein bisschen was erweitert und zwar unsere mit dann werden wir noch mitnehmen unsere fallen die man finden würde leben können wir hier lassen und schauen wir hier nach wir haben so viele schränke blick hier nicht mehr durch aber ich weiß noch was hat teile da fertiggestellt da vielleicht nur was folgt am anderen ist er auch nicht so gut ist für sie nicht gut muss doch jemand sein um Gut, da stellen wir mal eine Mission her, ne? So, das hätten wir jetzt. Klar kann man verzichten. Hier haben wir diese Dinger. Machen wir auch ein paar. Dann werden wir uns mal gleich noch kümmern. Und zwar... Die Eisfalle liegt so ruhig. Fertigen. Dann wären wir... Entschuldigung. Modizierung herstellbar. Modizierung herstellbar. Wow. Öffnen. So. Da haben wir 1000. Dann brauchen wir noch Bleispitzen. Die hatte ich vorher noch gerade gesehen. Ja. Aber wir können mal Blei einschmelzen. Das haben wir auch vorgehabt. So, Kohlenitrat für den Pulver. Da haben wir 84. Das müsste reichen. Dann... Gehen wir jetzt zu einer anderen Werkbank. Das dauert umso lange her. Denn wir haben zwei, ne? Sei es Munition. Hier haben wir herstellen... Mh... Knapp... 100. 100. So, der Hersteller mag noch weniger. Die Simulation. Nehmen wir auch 100 her. So. 50. Und der Rest. Und den Dinger. Dann sollten wir genug Motionen haben. Verwürzen? Haben wir noch 18. Okay. Wenn wir nicht hier reintun. 18. Kleber. Ja. Leben. Da haben wir einschmelzen. Ja. Wird schon 6000, ne? Pulver rüber. Mh... Wir haben draußen. Ein bisschen ausbauen, denke ich mal. So. Hier schmelzen wir aktuell ein bisschen Eisen ein. Lebenvoll. Und... Nehmen wir das Eisen raus. Und... Nehmen wir das Eisen raus. Und gleich der... So. Da brauchen wir das Holz. Holz? Also ich weiß persönlich, wenn ich was zu viel finden kann. Auch nicht, wenn ich jetzt irgendwas anderes machen finde. Äh... Finde. Mach er dann. Find ich garantiert. So. Da haben wir wir spitzen. Nehmen wir raus. Da werden wir ganz kurz, äh, die Tür aufwerten. Die untere Tür, die oben ist, ist aufgewertet. Was ich nicht will, ist, äh... Keinesfalls den Beton aufwerten. Das, äh... Wenn ich ungünstig sehe. Hier mal aufwerten. Hier haben wir schon randaliert. Ach so. Ja... Ja, das war's für mich. Für Fairways-Renader. Äh... Gibt einen neuen DLC. Und anscheinend auch mit einem Patch. Aber da sind wir uns aber nebensäglich. Heute ist... Seven DSOD dran, ja. Gut, da war nicht so wichtig. Okay. Tag Welt. Mach mal zu. Die Invasion oben links von der Sicht ist ein bisschen für mich, äh... 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 Als... Äh... 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 Bisschen aufwerten hier. So, das kann man so lassen. Hier auch noch ein bisschen aufwerten. Mal schauen, ob wir hier noch was höher machen werden. Glaub schon. Glaub schon. Glaub schon. Hier kann man so bleiben normalerweise. So, hier kann man so bleiben normalerweise. So, hier kann man so bleiben normalerweise. Was soll passieren, ne? Geoten ist ja ein Keller, ne? Da werden wir jetzt halt aufwerten. Beziehungsweise ist ja nicht mehr ganz so gefährlich. Weil ich ja dazu gemacht habe, aber... Wie sag mal... Unsere... Typen... Finden immer einen Weg. Alles Stahl. Ne, hier kann sie jetzt noch nicht raus, ne? Also rüber, das Prinzip, ne? Ja, hier vor. Ah, der Mittag. Ja, hier ist ein bisschen raskant. Weil hier sollen sie rüberspringen und dann hier hochgehen. Aber ob das so ist, nachher... Das weiß ich nicht. So, wir kommen am besten jetzt wieder raus. Und an mein Haus. So. Wenn sie dann nur hier rüber gehen und da... Haha, ja genau. Das wärs äußerst blöd. Mal probieren. Ja, das wär auch nicht gut. Weil denn... Ja, da geht's da, ne? Da ist nur ein Holz. Ja, das ist so eine Sache, ne? Ich brauche noch ein bisschen Punkte. Dann wollen wir hier bisschen... Beton machen. Gut. Da ist noch einer. Ich dachte, da ist keiner mehr. So. Noch mal drinnen. Oh. Das trifft sich gut. Da können wir gleich mitnehmen. Einfach ein Teil. So. Den mal annehmen. Und den haben wir hier. Oh. Oh. Ja. Erstmal. Beton. Beton. So. Dann gleich aufwerten. Normalerweise. Hier noch ein Punkt, ne? Ob schon zwei. Zeige mal ganz kurz, was ich aufwerten möchte. ist hier. Und zwar... Es gibt nur so viel Eigenschaft, die wir machen wollen. Und dürfen. Intelligenz. Und zwar... Hier. Da brauchen wir erstmal... Beteilig hier. Drei Punkte. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Naja. Gut, drei Punkte. Drei Punkte. Drei Punkte. Das heißt, die müssen noch... Na ja. Jetzt haben wir Level, ne? Oh. Minus zehn. Das war nicht so. So hoch können wir es ja nicht machen, ne? So eine Türe. macht dieser ein bisschen sicherer aber nicht dass die eisigen die aus den wetten gehen ich dachte man kann aufwärmen hier nicht das ist nicht zu teuer mal ganz kurz auspacken so grundstoff dann das trifft sich gut silvernuggets gold kloppen schrauben behalten wir einfach auch logisch emotion auch das kommt hier rüber stein des müll anführungszeichen so leben nehmen wir lieber stahl raus so betonen wir alle das können wir hier auch reintun und zwar neben schießpulver oder zumindest immer aufbauen der hat sogar mutter gut das können wir eigentlich naja so geld geld haben wir auch gelten damit geld die raus weiterhin wirst du jetzt nicht so ja garantiert nicht also hier und abgang ja okay die haben wir gefunden letzten mal kleeband so was können wir hier was wir wissen haben leder mit kreis ist dunkel geworden oh 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 wie viel fachler man über ist die facpel aus dann machen wir hier ganz kurz einschalten da werden wir trinken auch nicht vergiften die berühmte prozent wir müssen unterholen und zwar diesen wert ausdauer okay dann werden wir mal gucken nach fackeln wir brauchen sowieso nicht hier heißt wir brauchen fett wir sind hier fett stoff fetzen aber woanders das tür noch mal fett irgendwo noch 250 stoff letzten gehabt irgendwo in dem an der nächsten sind auch jetzt ein holz haben wir da dann werden wir gleich fackeln herstellen das inventar und da oben wenn wir gleich mal fackel herstellen zehn stück oder elf zurück stoff fetzen auch eisenwolle haben wir nicht mehr so unschiefe kleber auch hier rein eisenspeer können wir hier einlegen haben wir da ein paar beton das werden wir brauchen fackeln das nehmen wir hoch das da rein das nehmen wir auch da rein haben wir da gefunden aber dazu passt und darüber steine haben wir da keine bei gut okay bruchsland auch raus griff mod ohne tabletten kommen woanders hin dann mal ganz kurz wir war so wenn ich früher mal fackeln hier gebraucht hatte hier aber jetzt noch mal hier wer sind hier dunkel mag ich ja nicht chemisches gut da oben hier gut ausgeleuchtet ne das auch dunkel hier waren zwei fackeln das gut unser empfangshalle noch zwei dürfte reichen eine man weiß ja nie ne so hier im keller naja gut da machen wir keine hin röschen ecke okay so so die sind 23 das reicht dann mal wir auf da sind auch 23 24 25 25 26 25 25 25 25 25 26 27 27 27 28 28 29 29 wie ist so schön ist das, ne? die Tür ist nicht dicht normalerweise kommen sie hier nicht rein, aber man weiß ja nicht, ne? so, das soll es heute gewesen sein, kurzer Blick in mein Alltagsleben, ne? dass man einen Teil nicht finden kann, aber wir haben es noch getan, ausgebaut und Rest sehen wir nachher, sobald ist wieder hell wird und dann gehen wir mal los wahrscheinlich zum Schloss, dann seid mal tschüss und winke winke, tschau so, auch wenn es ein bisschen langweilig war, ich denke, ich werde mir das verzeihen und beim nächsten Mal wieder spannend, ne? Tschüss!